Ich brauche 90 Minuten, um meine Küche zu sanieren, in der meine drei Männer vorher versucht haben etwas zu kochen. 90 Minuten? So lange mache ich, bis meine Freundin aus dem Bad kommt. 90 Minuten? So lange brauche ich für meine Mittagspause. Für mich dauert ein gutes Fußballspiel 90 Minuten. 90 Minuten? Das ist die Zeit, in der wir eine Runde Gassi gehen. Ne, Tim? 90 Minuten brauche ich, um ein gutes Buch zu lesen. 90 Minuten brauche ich zum Joggen. In 90 Minuten machen wir beide einen regulären Hundespaziergang. Und ich brauche 90 Minuten, um euch das kleine Einmaleins der Selbstverteidigung beizubringen. Ich brauche den Verkleinigen. Ich brauche die Zeit. Ich brauche das. Ich brauche das. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018